Hallo und willkommen zu Nukleid für heute noch eine Musik. Warum? Warum? Why? So. Wir spielen heute Plantarou. Plantarou! Noch ein Charakter, der ich nicht mag. Ich will halt die Charaktere, die ich nicht mag, und eine Liste haben, wie Fisch. Aber er ist recht praktisch. Ich weiß nicht, was... Ich glaub nur Crystal ist weiblich. Ja, ich muss mal auf den Wiki gucken. Seine Fähigkeit ist Nerd. Ich glaub, ja, Passive ist eher schneller. Finde ich jetzt nicht so doll. Und er braucht für ihn das Attract Power empfohlen. Äh, 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 äh. Oh. Jesus! Kann auch übertreiben. Wahrscheinlich wird das hier sowas mitfischt, dass ich nicht mal den Scrap-Yard erreiche. Also finde ich den Snail überhaupt nicht praktisch. Vielleicht bei Bandit, aber sonst... Er hat die Waffe nicht mitgenommen, warum? What a wonderful Duang. What a horrible Duang. Warum mache ich jetzt viele Duang-Referenzen? Ich habe den Pfad nicht mal gelesen. Ah, so, da bin ich nämlich gerne mit. Ich muss besser zielen. Oder ich könnte einfach mal den verdammten Snare öfter verwenden. Ja, ich mein Grinder-Skiller-Sehr gerne. Grinder-Snail macht jetzt nur noch bei Low-Health Schaden. Was hab ich jetzt so verstanden? Oder war das erst bei Fromod? Ich glaub, bei Fromod töten die das instant Leute mit Die weniger als Dings haben Du bleibst da, Mann Würmchen Irgendwann sind halt sogar Immun zu deinem Snare Oder zu einem Snare Gegen Bandits ist das schon recht praktisch Weil Bandits sich dann nicht so viel Bewegt Oh, hier liegt so viel Scheiße rum So, Screwdriver, Crossbow Disgun Wirklich? Äh, nö Ich mag Disgun Obwohl es eigentlich eine recht gute Waffe ist Sup Wir müssten mir irgendwo helfen Und nicht gleich wieder I am an idiot Hier ist This is not a wonderful Duwang I hate this Duwang Scary a-face Dis is so not toll Totally not toll Totally not German Ich glaube, hier könnte das auch praktisch werden. Verreckt ran. Was war das denn gerade grauenvolles? Oh, ein Helf-Kit. Wir sind im Scrapyard. Ich kann es nicht glauben, dass ich mit... Gott verdammt, plant in den Scrapyard gekommen bin. Da war ein Assassin. Alter, ich hasse Crows immer noch. Oder Ray... Ich habe herausgefunden, dass es Ravens sind, keine Crows. Also Raben, manche Krähen. Nein, du, Assassin, du kommst hier nicht rein. Ich sollte mal mehr schießen. Ein Sniper. So. Auf jeden Fall bin ich mit ihm... Wer ist das mit Fisch? Bullets. Äh... Oh! Shotgun ist auf dem Blinkgeber gut. So. Gebiet 3, 2. Eingebiet noch, dann sind wir bei Big Dog. Und wenn ich in die Tod gehe, muss ich einfach nur aufpassen, dass ich... Vielleicht kriege ich ja Fire Eater. Das wäre... Sehr geil. Aber von Big Dog Fire Eater zu bekommen. Das ist... Motherfucking... Insane! Ich bin zu confused zu... Snare. Salt Slugger. Okay. Oh, nice. 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 Big Dog Fire Eater! Ah! Ich fliege Fire Eater und bin's... Bei Big Dog und Banane. Und fliegt mir eine Bullet ins Face. Nein, 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 noch. Oh! Oh! Ich fliege Fire Eater. Ehm... Schlagger. Assaulter. Die... Amount of... XP is... Insane. Alright. Shells? Du gibst mir Shells? Du gibst mir auch Shells? Wenn ich mal dieses Lager nehmen soll. Ähm... Ja. Das ist nicht gut gewesen gerade. Stupid Damage. Nova Lion. Gib mir keine Shells! Ich hab nicht mehr eine normale Schotty. Gib mir von mir das Held oder... Bullets! Oder eine bessere Waffe! Ich wär sehr dankbar. Nämlich sind wir Bandit einfach tot. Wo haben die denn her? Hi! Da war ein Kaktus im Weg. Mimini, Mimini! Bum, 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 Bum! Okay. Jo, do, do. Klappieren lassen nämlich into Mind off. Ist doch auch cool. Der Ice. Wie ist immer Mind? Nur weil er Mind Control hat. Ich mein Media nennen YV auch immer Pop Pop. Aber ich bin nicht Nova Lion. Ich bin nicht Ryan. Eh. Komm Ja, ich spiele schon Das ist ja gar nicht wie Ja, wie die beiden Runs Äh, wie die einen Run davor Disgun nämlich gerne lieber als Laser Rifle Oder Pistole Die Rifle, wenn ich mich Äh, Schotty nehme ich lieber als Disgun Disgun nehme ich lieber als Pistole Das mache ich auch gerne Muss ich dir auch gerne Rhinos skippen Äh, das war unglaublich fair Das ist das Problem, warum ich auch Disgun überhaupt nicht mag Ich mache sie auch in Super Crate Box nicht, obwohl es dann eine geile Waffe ist eigentlich Sie kann einem selber töten Beziehungsweise Schaden machen So How did I not So, the death Wahrscheinlich sau kurz, aber Charaktere, die ich mag, mag ich halt nicht Bis dann Ciao, ciao Proof wo ja Joachim Ja boatig 용ger Also in